Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von, hallo, Assassin's Creed Syndicate. Und dann, hallo, Assassin's Creed Syndicate. Und dann, hallo, Assassin's Creed. Und dann, hallo, Assassin's Creed Syndicate. Und dann, hallo, Assassin's Creed Syndicate. Ja, hallo, Assassin's Creed Syndicate. Du bist nicht. Vielleicht, doch. Ja gut, die sind in der Augemannheit nicht auszuschauen. Was ist hier? Verdammt, er ist doch bestimmt schon abgehauen, oder? Ich habe nicht bemerkt, wie er abgehauen ist? Ah, ich habe nicht bemerkt, dass der weg ist. Ach, toll. Gut, dann geht es hier hin. Wo da es ein Stückchen ist, sollten wir fahren. Das ist ein Stückchen, das ist ein Stückchen. Das ist ein Stückchen. Das ist ein Stückchen, das ist ein Stückchen, das ist ein Stückchen. Das ist ein Stückchen, das ist ein Stückchen. Wie komme ich denn hier rein? Oh, so easy. Und ich denke, das wäre hier irgendwie gesichert. Gut, dass niemand in diesen Zimmern gerade sitzt. Das hier wird wohl etwas sein, wo wir ganz am Ende wieder sind. Da hin müssen. Oh, ein Brief. Templerjagd. Gibt es ja hier doch ein paar Sachen, ne? Ach, wir sind ja jetzt hier sogar schon im... Ah, okay, ist klar. Das hier ist einfach nur ein Sperrgebiet. Das ist einfach nur ein Sperrgebiet. Am Anfang der Sperrgebiet ist ein Stückchen. Das ist das? Oh, das ist einfach nur ein Sperrgebiet. Ja, das ist einfach nur ein Sperrgebiet. Also jemand sollte demjenigen mal sagen, der soll seine Briefe woanders hinbringen. Na wie einfach das ist, hier rein und raus zu gehen. Und hier ist es sogar noch einfacher. Gut für dich jetzt! Und weiter geht's! Oh du Götziger! So. Und schon am Park? Ja gut, schwärmt aus! Wir müssen den perfekten Platz für unsere Festung finden. Verjagt jeden, der versucht euch auszufragen oder vom Grundstück zu vertreiben. Braucht ihr Hilfe, ruft nach mir! Es ist unsere Aufgabe, Präsenz in Green Park zu zeigen. Eine Festung so nah am Buckingham Palace würde bedeuten, dass wir uns um Geld nie wieder sorgen müssen. Warum meinst du, die Werfner sollten wir so zum Spaß machen? Was? Was? Was ist das? 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 Ja, klar. Was? Was ist das? Was ist das? Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was? Oh... O-oh, wie... Ha... Oh, vielleicht... Ha... Ha... Na gut, schwärmt aus! Wir müssen den perfekten Platz für unsere Festung finden. Verjagt jeden, der versucht euch auszufragen oder vom Grundstück zu vertreiben! Was? Zieh Leine! Ich bring dich um, klar, komm hier nicht in die Quere! Ganz ruhig! Ich sag dir ruhig, Mr. Bunbury, falls das ihr richtiger Name ist. Du hältst mich nicht ab... Machen wir einen Spaziergang. Was? Zieh Leine! Ich bring dich um, klar, komm hier nicht in die Quere! Hm. Ganz ruhig! Ich sag dir ruhig, Mr. Bunbury, falls das ihr richtiger Name ist. Du hältst mich nicht auf, keiner hält mich auf. Ich nehme dieses Gebiet für die Bleiters unter dem Befehl von Blutscher persönlich in Besitz. Und darum werde ich beenden, was ich angefangen habe. Holt mich hier raus! Hilfe! Ich werde entführt! Da passen wir durch. Ja! Bewegung! Das war sehr knapp. Wirklich gute Arbeit. Erledigt. Erledigt. So. Na, hier selbst ist es halt Sperrgebiet, ne? Aber... Da müssten wir auch noch hin. Ach, Mann, ich will immer... Ich träg immer noch Fälsche. Wie viel haben wir? Vier. Das ist sehr gut. Die Gegner, der Herr-Henrich-Bauer, bekommen Angst und vernachlässigen ihre Deckung. Aber... Dass die Energie schneller wieder da ist. Oh nein. 5. Esunci 28. Zampia! Komm schon! Oh, das ist ja doch so ein Ding, um jemand mitzuspielen, ne? Oh, das ist ja doch so ein Ding! Ja. Äh, geh doch, renn noch, Pick! Ja, das ist doch... Ach, verdammt! Ja, das ist ja doch... 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 So, auf ein neues... Oder vielleicht auch nicht, wer weiß, mal gucken, wo wir sind... Äh, doch, auf ein neues... Ich störe mal. Ich schwitz dich auf! Ja, das ist ja... 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 Ja... Ja, das ist ja... Ja, das ist ja... mach ich los. Gut, vielleicht erst mal einen anderen machen... Sonst wird das nichts mehr mit dem... Fertig werden... Ach, ey... Anstrengend. Es ist halb elf. Ich nehme mir jetzt auch schon wieder seit ein paar Stunden eigentlich auf. Und es ist ekelhaft warm. Ich habe mich nicht mehr auf. Ich habe mich nicht mehr auf. Ich habe mich nicht mehr auf. Hop, hop, auf. Ich weiß, was ich nicht so oft verschiebt. Ich weiß, was ich nicht so oft enthält, was ich nicht so oft ist. Ich weiß, was ich nicht so oft ist. Da ist es so oft. Er ist so oft, was ich nicht so oft ist. Ah, jetzt haben die mich abgedrängt. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. BAM! Tja, irgendwer sagt mir, dass der Reife nicht mehr lange mitmacht. Ich sollte ein neues besogen. Achso, ne, ich bin da, oder? Ja, ich bin mehr oder weniger da. Es war die halbe Stadt in Schupp und Asche gelegt. Oh, hey. Ich glaube, ich bin der unauffälligste Assassine, der je gelebt hat. Geh mal weg hier jetzt. Wie komm ich denn... schon besser ich glaube das war der letzte oder vielleicht aber auch nicht ich meine hier könnte vielleicht sogar noch sieht alles so weit fertig da nach der witz steht hier nicht weil blätter Kleiner in uns, ne? Die würde ich nicht mal als ein DLC oder sowas werten. Einfach nur so Klamotten, aber nein... Ja... Ah! 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 Oh! Ah! Entring, let's! Oh! They're crazy! Ah! Ah! Sie haben mich gerettet! Ja! Aber nein! Geh jetzt nicht in den Kampf und geh drauf! Alles klar, er geht in den Kampf und geh drauf! Ah! Ja, nein. Das war's. Die Explosion haben sie nicht gehört. Vielleicht hast du sterben. Die Explosion haben sie nicht gehört. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Du bist schon in Ordnung für einen Großen. Echt? So. Jetzt haben wir ihn. Sehr, sehr gut. Ja. Da noch, da noch, da noch, da noch. Als nächstes geht es hier hin. Wieder eine Kopfgeldgeschichte. Und ja, das war es für diese Folge. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ach man, ich weiß echt nicht, wie lange wir das jetzt hier noch machen müssen. Ich hoffe, wir sind bald fertig mit dem. Und dass wir endlich mit der Story loslegen können. So richtig. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao. Vielen Dank.